Wann bekommt mein Kind die ersten Zähne? Was muss ich dabei beachten? Darf ich meinem Kind den Schnuller noch geben, wenn es Zähne bekommt? Die ersten Zähnchen kommen zwischen dem sechsten und achten Lebensmonat. Das kann etwas schmerzhaft sein. Druckschmerzen, die können wir lindern. Durch Beißringe oder so einen Massagestift, das erleichtert es den Kindern, diese Zähnchen dann auch durchbrechen zu lassen. Der Schnuller kann trotzdem weiter benutzt werden. Man muss nur darauf achten, wenn die Zähnchen da ihre Spuren hinterlassen oder gar Risse, dann ist es gut, wenn wir den Schnuller alsbald austauschen.